Ich war schon drei Stunden, auch meine Warte jetzt nicht für nötig, die Schokolade zu servieren, wo ich vor allem nicht weiß, was ich tue. Ach, die hat eine Ruhe, ja, nun erkenn ich, ich war zu ihr viel zu gut und zu besteigen. Und Feuer, und Feuer ist es, und Feuer ist es, das heißt es, ich müsste sie aufkommen, darum könnt ihr sie nicht nehmen, meine Herren Gebiete, ihr müsst euch schon vergewählen, für meine Warte noch. Wollen noch was sehen, meine Höllchen, wenn ich recht, lieber Kapitano Sturmwind, wie weit also wirklich ist es Mädchen zu euch, meine Gattin? Na gut, und ihr seid mit ihr zufrieden? Na gut, und keine denken sonst? Na gut, ich nehme sie. Geht mir die Hand, und ihr seid Zeugen, und es lehnt auch bis vorne. Bedeutung, Karla, du bist es! Und, du bist es mein Berge, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes. Sie sind in müßlichen Umständen, Herr Frank. Ich will Sie herausreißen, mich bei Ihnen engagieren. Aber alle ersten Rollen, von der Soubrette bis zur Königin, muss ich gekommen. Von meinen Talenten werden Sie keinen Beweis fordern, denn dafür sind Sie ja überzeugt. Sie sind in der Mitte der Nacht, wo wir in den Kopf geschickt haben, wie wir in den Kopf geschickt haben. Mademoiselle Silberklang möchte auch ein Wort vortragen, damit Sie Urteil kann hin. Bist du ruhig mit Entzüge, geb ich deine Liebe an. Bei deinen, deinen hohen Flügel, ich mein Flügel träge. Willi, protestiere ich! Ich bin die Köln aus der Selle. 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 Vielen Dank.